hallo da bin ich wieder ja leute ist wie gesagt immer noch soweit und zwar rage of the abyss kommt raus bald und natürlich wollen wir uns ein paar neue karten angucken ja ich habe bereits gestern neue karten vorgestellt aber auch heute habe ich wieder neue karten für euch und diesmal auch ein archetype der mir sehr an herzen liegt weil es geht um 6 samurai und das ist der lieblings archetype meines bruders von daher bin ich da besonders gespannt wie immer gehen wir hier die karten stück für stück durch aber wir werden nicht nur über 6 3 spring nein auch über goblin biker das heißt wir haben hier also einmal ein unterbilder archetype ein krieger archetype und die geben wir stück für stück durch und dazwischen ist wir noch die eine karte die nicht aber wie immer leute ich rutsche hier rüber so mikrofon natürlich auch mit und ich würde sagen wir fangen direkt an mit der ersten karte und wir haben hier goblin biker spielen verrückt und diese karte ist wirklich verrückt denn die karte ist sehr gut erst mal die stufe 6 das heißt wir können sie erstmal nicht so beschwören aber dafür haben wir natürlich einen effekt denn falls du kein monster kontrolliert und alle anderen monster die du kontrollierst also oder goblin monster sind du kannst diese karte als normale schon beschwören ohne tribut anzubieten sehr gut heißt also wir können sie auch einfach normal schön 24 super werte 0 ok das natürlich wenig verteidigung aber wir wollen ja auch angriffs beschwören finsternis unterwälder alles was man eben möchte natürlich muss unterwälder sein weil die goblin biker sind natürlich unterwälder es geht weiter du kannst jeden der folgende effekte von ihnen nur eine pro spielzug verwenden okay das ist erstmal die bedingung nehmen wir an falls die karte als normal oder speziell schon beschworen wird sehr gut es geht auch speziell schon was super gut ist und zwar du kannst ein goblin monster stufe 4 oder niedriger ein spezialbeschwörung von deinem deck beschwören einfach mal aus dem deck schützt ja beschwören ich würde sagen das ist ziemlich gut und passt natürlich sehr gut zum thema bisher war es ja so die karten wir hatten probleme karten aus dem deck zu bekommen da wir natürlich tour guide unter anderem aber jetzt haben wir ebenfalls möglichkeit durch eben dieses monster ein goblin monster stufe 4 niedriger spezial zu beschwören super guter effekt und falls diese karte auf den friedhof gelegt wird du kannst eine karte auf dem spielfeld wählen hänge sie an ein goblin exit monster das du kontrollierst und hier haben wir ebenfalls eine interaktionsmöglichkeit wenn wir können eine karte auf dem spielfeld wählen auch natürlich gegnerische und sie dann eben an eine exite ranhängen und das ist guter effekt natürlich hier natürlich wenn wir anfangen ja okay da da gehen natürlich keine karten auf dem feld da können wir diesen effekt nicht nutzen aber generell können den effekt nutzen eben für den gegnerischen spielzug oder eben wer als zweites gehen so jetzt machen wir mit der nächsten karte weiter und bei der nächsten karte ist es jetzt das wovon wir gerät haben und zwar 6 samurai denn ja es gibt noch mehr karten keine keine angst aber wir machen das hier stück für stück in so wie es im set ist heißt erst die effekt monster dann die exitekt monster dann die zaubergarten dann die fallgarten also leute stück für stück jetzt gehen wir weiter hier und zwar der münch erstmal artwork zehn von zehn ich glaube ja leute archetypes ich glaube es ist immer so wenn einen der archetype gefällt also generell dann ist es egal was für ein artwork ist es immer gut für einen so aber erst mal hier wir gucken uns erst mal hier an was das ganze zu bieten hat denn krieger empfänger drei finsternis 500 das alleine macht sich schon zu einer guten karte achso ne folgung und sechs und morai in namen das macht sich alleine schon zu einer sehr guten karte weil sie im archetype halt sehr vielseitig nutzbar ist eben auch mit empfänger das heißt wir können damit ganz einfach eine synchro büschung durchführen und ja 6 3 setzt auch auf synchro beschwörung und vielleicht gibt es noch eine neue synchro monster heißt also das schon mal sehr gut ein themen eigener empfänger ist tipptopp klappt es gibt bereits schon welche aber mehr man kann nie genug haben aber was ist ein effekt falls du ein anderes 6 3 monster kontrolliert außer ihnen kannst du die karte als spezial beschwörung von deiner hand beschwören das ist schon mal ein effekt der super ist denn ja das ist ein effekt den 6 3 monster generell in der regel haben aber nicht jeder 6 3 monster und dieses monster besitzt es bedeutet also die typische eigenschaft wo ein samurais sind auch mehrere samurais super guter effekt hat du kannst ihn nur einmal auf diese art spezial beschwören ist glaube ich fair pro spielzug weil also das kann man ja ganz oft was machen du kannst jeden der folgenden effekte von ihnen nur einmal pro spielzug verwenden okay jetzt kommt der effekt hier falls diese karte vom spielfeld auf den friedhof gelegt wird du kannst deine hand ein 6 samurais schnell zauber von deinem deck hinzufügen wir können jetzt die spell searchen das ist super gut und hier steht eben wenn sie auf dem friedhof gelegt wird das geht durch verschiedene weiteres geht durch tribut das geht durch link das geht aber auch durch synchro beschwörung er ist empfänger über guter effekt außerdem ein 6 samurais monster das für die synchro steuerung dieser mit dieser karte verwendet wird erhält zusätzlich folgende effekt die stufe aller man sich den gegnern kontrolliert werden um eins reduziert und das ist ein effekt der sehr unscheinbar ist aber sehr relevant sein kann gerade wenn ihr eben gegen ein deck spielt was auf exit setzt oder auf synchro beschwörung dann kann dieser effekt allein das komplette deck des gegners aus dem konzept bringen das kann man durchaus sagen weil normalerweise machen zerschein ja ich will auf synchro acht gehen dann nehme ich an level 4 und level vierer warte mal die sind ja nur noch sechs zusammen addiert das ist jetzt aber schwierig da müssen wir mal überlegen wir das ganze machen in dem spring ist dieser kleine effekt besser als man denkt weiter geht's noch ein empfänger super gut empfänger stufe 2 erde krieger 200 angriff 1 2 def auch hier ach ja und 6 wo rein haben wieder fast vergessen bedeutet allein das macht ihn zu einer guten karte weil er natürlich super perfekt in diesen arkiteil passt weil eben natürlich empfänger braucht um synchro beschwörung zu führen wie sagt wir haben welche gehabt jetzt hat man noch mehr jetzt ist man flexibler und wo ein sechstumerei ist da ist auch ein anderer denn falls ein anderes sechstumhalmonster außer ihr selber kontrolliert können diese karte von einer hand spezial beschworen werden super effekt vor ich drüber reden das heißt du hast ein monster spezial beschwörst ihn synchro fertig los geht's du kannst nur ein du kannst ihn nur einmal pro spielzug auf diese art und weise spezial beschwören wie gesagt das sind bedingungen die ist auf jeden fall fair weil sonst könnte man ihn unendlich oft beschwören du kannst jeden der folgenden effekte von ihnen nur einmal pro spiel zu verwenden falls diese karte vom spielfeld auf den friedhof gelegt wird auch wieder durch synchro beschwörung dann kannst du an der hand ein sechster angriff karte von der deck oder friedhof hin zuzufügen und hier leute wir können endlich unsere spells suchen wir können endlich unsere traps suchen strong also beide neuen empfänger können uns in die passenden zauber und feilgarten holen die wir wollen super stark macht diese super karte und auch hier erhalten wir noch einen zusatzeffekt für das synchro monster denn ein sechster monster für dessen synchro schon diese karte werden wurde erhält diesen effekt monster den gegner kontrolliert verlieren 500 atk und dieser effekt ist auch wieder unscheinbar weil 500 ist okay aber es bringt das schon naja eine menge denn ja man weiß aus der vergangenheit ja dass die synchro monster so um die 2500 angriffspunkte haben oder 2200 also das sind so sechster moral werte und da ist dann 22 zum beispiel ist nicht so gut weil ja da kommen schnell mal drüber wenn aber jetzt der synchro monster kontrolliert ist plus ein 22 muss der gegner ja 27 aufbringen um eben gleichstand zu haben das heißt aber auch mindestens ein monster mit 2800 muss zu besiegen und dann von schieren reden wir noch gar nicht der schieren hat ja 25 das bedeutet der gegner muss ein 3000 monster haben um gleichstand zu haben oder um zu gewinnen sowohl den kampf musste sogar 3100 zu haben also wir merken hier ist eine menge 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 die sie der effekt mit sich bringt obwohl er sehr unscheinbar ist eine karte die auf jeden fall nicht unscheinbar ist und auch das letzte main deck monster das was wir heute vorstellen ist mulreizend mulreizendes fuvalos glaube ich soll das richtig aussprechen fuvalos und diese karte leute wir wussten dass sie kommt wir wussten dass sie drin ist in diesem set und hier ist sie geflügeltes ungeheuer stufe 4 wind ja sie geht mit windsturm und sie hat folgende effekt falls du keine karten kontrollierst quick effekt du kannst diese karte abwerfen wenn du diesen effekt bis zum ende des spielzuges an okay das ist schon erstmal die bedingung keine karten kontrollieren heißt also das ganze geht wirklich nur wenn wir nicht anfangen oder beziehungsweise ja gut wenn wir halt anfangen und keine karten kontrollieren dann können wir das ganze nutzen aber was kann die karte denn jedes mal wenn ein gegner ein oder mehr monster als speziale schon vom deck okay vom deck oder extra deck beschwürzt hier eine karte ja leute was soll ich sagen unglaublich strong der effekt ist natürlich sehr sehr stark erinnert dann doch an maxi unter anderem aber wie sagt hier ganz andere bedingungen weil wir eben keine kann kontrollieren dürfen bei maxi ist der vorteil das ganze auch nutzen können wenn wir karten haben hier eben nicht die karte ist natürlich super gut wenn man als zweites geht weil der gegner fängt an wir können die karte aktivieren und dann ja von extra deck wir dürfen eine karte ziehen das ist natürlich gut weil ja leute aufs extra deck ist man halt angewiesen das bedeutet aber auch dass eben andere decks allein durch diese karte stärker wie zum beispiel fluchlander ist super gutes deck natürlich geht nicht aufs extra deck zurück speziell schritt nicht aus dem deck ist dem deck halt egal 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 wenn die karte existiert so aber es geht noch weiter denn einmal während dieser endphase falls die anzahl der karten in deiner hand größer als die anzahl der karten ist die der gegner kontrolliert plus sechs alles klar musst du zufällige karten von deiner hand ins deck mischen sodass der anzahl in deiner hand der anzahl die den gegner kontrolliert plus sechs entspricht und das wirkt jetzt erstmal wie eine schwache einschränkung weil ja okay ich meine wir haben immer noch mehr karten dadurch generiert das stimmt auf jeden fall aber dieses zufällige macht natürlich etwas denn ja wir haben eine hand ziehen viele karten und sehr okay wir haben jetzt okay ja die eine karte die unbedingt haben halten eben für meinen zug und dann ist sie im deck das kann natürlich passieren von daher hat man das nicht in der hand heißt ist natürlich eine downside an dieser stelle und du kannst in diesem spielzug in dem du diesen effekt aktiviert nur eine andere mulr reizende monster effekt aktivieren denn ja leute es gibt noch mehr mulr reizende karten eine keller bereits dieses die zweite ja also können wir beide aktivieren oder theoretisch auch sie selber das geht natürlich auch so weg jetzt hier von mulr reizend wir wollen nämlich jetzt zu kriegern gehen und zwar zu den legendären lord der sechster murai schien und ja ich würde sagen erstmal artwork ich wiederhole mich was soll ich denn dazu sagen aber nein die ändert natürlich also es passt natürlich naja es ist halt typisch sechster murai brauche ich drüber reden dann ein kriege empfänger plus ein sechster murai nicht empfänger monster das sind übrigens auch die bedingungen die bereits die anderen synchro monster haben von daher der passt perfekt hier rein falls die karte als synchro beschworen wird du kannst deine hand ein sechster monster oder schieren effekt monster von deck oder friedhof hinzufügen hey die sucht uns einfach eine passende karte das heißt also wir können ihnen synchro beschwören gerade mit den neuen empfängern dürfen dadurch versuchen dürfen durch ihn auch was suchen zwei karten generiert durch eine synchro beschwörung immer mehr im vor allem wir können natürlich ein weiteres monster holen und wie gesagt er selber ist natürlich auch sechs samurai bedeutet also wo ein samurai ist sind auch andere und das heißt wir können uns einen suchen den wir ebenfalls wieder spezial beschworen können und er ist stufe sechs das ist sehr interessant denn bisher hatten wir stufe fünf jetzt haben wir stufe sechs das heißt wir sind flexibel was wir rufen können aber wir wollen diese karte auch wirklich rufen und ersten zug denn endlich ist das passiert worauf alle gewartet haben sechs samurai konnte die kompletten zauber und fallen karten des gegen das kontrollieren annullieren oder nur eine aktivieren lassen doch was ist mit dem monster effekt da saßen bisher ein bisschen mau aus doch dieses problem wird eben aufgrund des legendären lords gelöst denn sie sagt folgendes du kannst genau du kannst den effekt des searchens halt eben nur eine pro spiel zu verwenden einmal pro spielzug wenn er gegen einen monster effekt aktiviert quick effekt das heißt es geht auch um gegnerischen spielzug du kannst die aktivierung annullieren und falls sie dies tust zerstöre jene karte und dieser effekt ist einfach gold wert denn wir haben jetzt einfach die möglichkeit durch dieses synchro monster eben nibiru zum beispiel nur als beispiel natürlich zu annullieren und dann eben das ganze zu nutzen um weiter und sofort aufbauen zu können im nächsten so kann man dann ebenfalls einen annullierungseffekt super stark auszunehmen falls diese karte auf dem spielfeld durch kampf oder ein karl effekt zerstört werden würde kannst du stattdessen ein monster zu stören dass du kontrollierst manchmal ist es auch ein 6 und 3 monster hier ist es jetzt ein monster heißt also der protection effekt den halt die typischen 6 samurai karten haben ist hier ebenfalls drin und das ist ja ist ich weiß nicht was ich sagen soll ich finde die karte einfach unglaublich stark sie passt perfekt ins deck ist es das was dem deck wirklich gefehlt hat sie haben es bekommen ich freue mich auf diese karte weil da geht es eine reine karte und zwar legende der lord der 6 samurai in ishii und ja hier haben wir ebenfalls an legendären lord und natürlich in ishii ist eine karte die man kennt also vom namen her diesen art geteilt und wir sehen dass hier 1700 und jetzt wundern wir uns denn die nichis haben ja auch ein 7 aber manchmal auch mit den anderen karten 22 aber wir haben hier beides wir haben 17 und folgendes kriegen wir kontrolliert erhalten nur während der battle phase 500 artikel jetzt hat er wieder seine 22 du kannst jeden der folgenden effekte von ihnen nur einmal pro spielzug verwenden ok nehmen wir mit falls diese karte als fünf schon beschworen wird du kannst eine beliebige anzahl sechsen reihen monster in den friedhof verbannen und dann ebenso viele monster wählen die dein gegner kontrolliert gibt jenes monster auf die hand zurück bedeutet also wenn wir ihn beschwören können wir das fällt auf jeden fall erstmal leerer machen denn wir können monster zurück auf die hand geben dies wählt jedoch aber trotzdem guter effekt denn wir kriegen ja zum beispiel jetzt wenn wir die neuen empfänger nehmen können wir eben was suchen können was zurück auf die hand geben er 22 klar man hat 8000 lebenspunkte aber das ist ein stückchen näher hier eben das duell zu gewinnen von daher super guter effekt dann genau falls die karte auf den friedhof gelegt wird jetzt kommt der zweite effekt du kannst ein einer seiner verbanden 6 3 monster als spezialbeschwörung beschwören und der effekt ist natürlich super weil wir verbannen bei seiner beschwörung eigene karten die wir dann halt wiederholen können super gute karte nehmen wir mit 6 3 freut sich ich freue mich ich hoffe ihr freut euch natürlich auch so jetzt sind wir beim extra den monstern durch und jetzt kommen natürlich zu den zauberkarten und leute die goblenbiker ich höre sie doch schon und da sind sie dann auch schon großer ausbruch der goblenbiker ja da kommt ein ausbruch und was bedeutet das biete ein monster als tribut an beschwöre ein goblen monster als spezialbeschwörung von deinem deck aber es kann den spielzug nicht angreifen und das ist ein effekt der unglaublich gut ist ihr glaubt gar nicht und zwar biete ein monster tribut an das bedeutet wir können irgendein monster opfern wir müssen kein unterweltler opfern wir müssen kein goblinbiker opfern irgendein monster das kann ein nibiru sein den wir den gegner halt im gegner spiel zu berufen haben wir haben nibiru wir können unseren nibiru opfern wir können einfach irgendeinen monster opfern wir brauchen irgendeinen monster ich glaube das haben wir jetzt verstanden dann beschwören wir ein goblen monster als spezialbeschwörung vom deck super gut auch weil wir haben ja zum beispiel gesehen gerade der neue goblinbiker auch der aktiviert sein effekt ja auch auf spezialbeschwörung bedeutet also aus ihnen mach ein mach zwei ich habe das gefühl das ist so irgendwie sind dieser folge immer wo ein goblinbiker ist auch ein zweiter goblinbiker naja weiter geht es ja auf jeden fall wenn er so genau und dann noch wichtig zu erwähnen natürlich das monster kann ich angreifen wirkt erstmal natürlich eine schwäche ist definitiv weil ja wir können nicht angreifen aber wir haben ja exit monster und die können einfach benutzen zum angreifen wenn ein monster ein angriff deklariert du kannst diese karte von frito verbannen und eine beliebige anzahl material von goblin exit monster abhängen du kontrollierst alle monster der gegner derzeit kontrolliert verlieren bis zum ende des spielzugs für jedes abgeheckte material 1000 atk ja leute viel atk hat dein gegner gar keine atk weil wir sie halt reduzieren können natürlich also ja wir sehen hier wir können ihn verbannen und daneben das ganze machen ist jetzt ein effekt den man jetzt nicht main aktivieren möchte aber aktivieren kann und das ist gute karte also der erste effekt ist schon einfach deswegen spielen die karte brauchen wir brauchen wir brauchen diese karte aber der zweite fliege weg kann eben auch ebenfalls kommen und das verbannen der goblin karten klingt jetzt erstmal wie ein kleiner nachteil weil wir wollen sie unter anderem ja vielleicht auch im friedhof haben weil viele haben ja auch im friedhof effekt aber leute da bin ich noch eine falle für euch aber erstmal gehen wir weiter zu einer zauberkarte und zwar sechs angriff doppelüberfall ja leute die karte ist super ich meine war ja wie klar bei den namen also natürlich ist die karte suchbar eben durch den neuen fänger auch und sie sagt folgendes führe ein dieser effekte aus und falls du zwei oder mehr sechs im rei monster kontrollierst wie gesagt wo einer ist sind auch zwei kannst du beide effekte nacheinander ausführen okay sonst so ein beschwöre ein sechs im rei monster mit 2000 oder weniger atk als spezial schon von deiner hand oder deine friedhof also hier haben wir die möglichkeit eben auch von friedhof zu beschwören was natürlich super gut passt weil ja leute wir wollen eine synchro beschwörung machen das sind so in strategie wir wollen synchro oder link beschwörung machen da ist das natürlich sehr praktisch das ganze nutzen können weiter geht es aber endere ein monster mit 2000 atk oder weniger dass ein gegner kontrollierten die verdeckte verteidigungsposition also hier können wir auch ein monstens gegner rausnehmen dem das verdeckt setzen aber es geht noch weiter während deiner mainphase du kannst die karte von einem friedhof verbannen und dann ein decks am rei monster in ein friedhof wählen füge es deine hand hinzu du kannst nur einen effekt von doppelt pro spielzug anwenden und jeden spielzug nur einmal also ja das geht nicht im selben zug aber wir können das eben späteren zu nutzen um eben unsere ressourcen zu recyceln beziehungsweise wieder auf die hand zu bekommen guter effekt gut nützlich und die karte ist super dementsprechend denke ich mal dass man die karte auf jeden fall mindestens einmal spielen wird so leute ich habe es angeteast eine falle wird kommen eine falle kommt große krise der goblin biker und diese krise die wird groß diese krise wird groß denn du kannst ein goblin monster das du kontrollierst und ein monster das ein gegner kontrolliert wählen oder das ist ja die erste mit dem oder ein goblin monster in einen friedhof und ein monster im friedhof deines gegners wählen verbanne beide monster bedeutet also wir haben die möglichkeit karten vom friedhof des gegners rauszunehmen oder vom feld das problem ist natürlich unser eigenes monster geht vom feld dann auch weg ist die frage ob man das möchte muss natürlich gucken wie die situation ist ist aber eine permanente falle bedeutet also das ganze kann man öfter war nicht nur einmal waren das ganze kann man eben öfter mal also ich meine jetzt nicht einmal aktivieren und dass sie weg sondern wir können das auch dann nächsten zug nächsten zug nächsten zug nächsten zug nächsten zug nächsten zug machen also ziemlich gut aber jetzt kommen wir zu dem punkt naja ihr fragt euch die ganze zeit du hast doch was von geredet von verband wo ist das diese verband der effekt der kommt jetzt du kannst diese auf eine karte von der zauberung feindkartzone auf den friedhof legen und dann fünf deiner verbanden goblin monster mit unterschiedlichen namen wählen erkt er was beschwöre sie als spezialbeschwörung boom aus 1 macht 5 ja das ist natürlich ein stronger effekt wir können ja einfach eben wie sagt sie weglegen und fünf monster spezial beschwören super stark brauchen dafür aber natürlich wie gesagt verbannte goblin monster das heißt wir müssen das irgendwie tun wir können das durch sie selber tun also die falle selber kann das halt und natürlich auch wie gesagt wir haben jetzt schon die zauberkarte gesehen oder ähnliches und auch die monster selber also die goblin monster selber können zum teil sich ja vom friedhof wiederholen oder so und wenn sie das spiel verlassen verbannen sie sich also es wird durchaus monster geben die verbannt sind also von daher ist das dann gut oder eben fünf weitere spezialbeschwören und du kannst nur ein effekt von ihnen pro spiel zu verwenden in diesem spielzug nur einmal das heißt wenn in einen effekt nutzt könnt ihr nicht den beschwörungseffekt nutzen wichtig zu merken und wichtige bedingungen aber ich denke mal gerade diese fünf monstern beschwören passt wie gesagt wo ein biker ist sind auch mehrere biker so leute und jetzt habe ich alles erklärt was es hier zu erklären gibt ist ja dann noch ein bisschen länger geworden aber wie gesagt ich freue mich vor allen dingen über sechster moral wie gesagt lieblings archetype meines bruders da ist auf jeden fall sehr viel nostalgie dran und es freut mich hier das ganze eben vorstellen konnte ich hoffe natürlich dass die karten euch gefallen haben und ich wünsche euch dann jetzt einen wunderschönen tag und wie immer viel spaß beim dualieren